Du hast dich als würdig erwiesen, mein Kind, und dieses Tor soll dir nun auf ewig geöffnet bleiben. Suche nun die anderen Welten, die ich dir gegeben habe, als dass du noch größere Herrschaft erlangen und deiner Art Ehre erweisen mögest. Aber vergiss nicht, den großen Turm darfst du nicht besteigen, denn dieser wird dir nur tot und das Ende deiner Linie bringen. Ein neues Reich liegt vor dir, mein Kind. Wisse, dass dies ein Land des Todes ist, das aber auch große Schönheit besitzt. Wenn du inmitten dieser Gräber wandelst, denke an all diejenigen, die vor dir diesen Pfad beschritten haben, und wie sie dem höheren Zweck dienten, von dem auch du ein Teil bist. Ich habe dir das ewige Leben versprochen. Wisse aber, dass nur diejenigen, die einer Bestimmung folgen, die größer ist als sie selbst, dieses erlangen werden. Alles andere ist nichts als Verfall. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020